Intro Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Squab Mechanic In einer weiteren Folge mit dem Fleetwood RV aus The Lost World Jurassic Park Und ich möchte heute ein paar Vorschläge von euch umsetzen Ihr habt mir nämlich Tipps gegeben, was ich machen kann, um die FPS nochmal ein bisschen zu verbessern Und zwar habt ihr mir folgenden Tipp gegeben, die Stoßdämpfer dürfen nicht quasi komplett einsinken So wie es jetzt hier bei meinem Fahrzeug der Fall ist Die müssen ein bisschen einen Spielraum haben Und das möchte ich jetzt mal gleich versuchen umzusetzen Und zwar versuche ich denen jetzt mal insofern einen Spielraum zu geben, dass wir denen ein bisschen mehr Widerstandskraft geben Ich gebe denen mal jetzt eine Widerstandskraft von 6 Einheiten Und dann schauen wir mal, ob sich das positiv auswirkt Da bin ich mal sehr gespannt Vielleicht hilft das ja was Das haben einige geschrieben Zwei von euch haben das genauer gesagt geschrieben Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das was nützt Und ein anderer Vorschlag, den ich auch noch umsetzen möchte, ist, dass ich die Kopplung zwischen den zwei Fahrzeugen Also hier, dass ich die nicht nur so mit einer B-Ring mache, die nach links und rechts schwenkt Sondern auch mit einer B-Ring, die noch zusätzlich nach oben und unten schwenken kann Das ist wohl auch ganz wichtig, damit das Ganze ein bisschen mehr Spiel hat Damit das Ganze quasi nicht auf den Boden gepresst wird So, jetzt aber erstmal hier die Stoßdämpfer einstellen So, ich glaube jetzt haben wir sie alle Ja, jetzt müsste man sie eigentlich alle haben So, dann schauen wir uns das doch mal an Stimmt Es ist ein bisschen besser Es ist jetzt nicht perfekt Aber es ist ein bisschen besser Ja, es ist ein kleines bisschen besser geworden Man merkt schon, dass es nicht mehr ganz so laggy ist, auf jeden Fall Das ist schon mal gar nicht schlecht Das ist ein Tipp, der auf jeden Fall funktioniert hat Vielleicht holen wir ja die letzten bisschen ein paar FPS noch raus Indem wir jetzt hier entsprechend dieses Teil einfügen Diese Kopplung nochmal verändern Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt Ich muss nur gucken, dass das dann auch alles wieder zusammenpasst Sollte ich ein bisschen nasal klingeln Das liegt daran, dass ich gerade aufgestanden bin Also nicht wundern, ich bin nicht irgendwie krank oder so Ich muss Grab Mechanic jetzt immer direkt nach dem Aufnehmen Äh, nach dem Aufnehmen Nach dem Aufstehen aufnehmen, so rum Weil ich das sonst nicht schaffen würde Mit dem ganzen, ja, Aufnahmen und so Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen sehr nasal klinge Wenn ich jetzt hier so spreche Und, äh, ja So ist das So ist das Also, Bearing drauf So, dann setze ich mal die Bearing, die ich jetzt hier schon hatte Die setze ich mal hier hin Also den, den Das Rohr, die Rohrverbindung So, jetzt nehme ich das mal kurz auf den Lift hier Und hoffe mal Dass ich das Ganze jetzt noch verschweißen lässt Moment mal, wie war denn das? Man muss ja da eine Bearing dazwischen haben, ne? Damit man das an eine Bearing anschweißen kann, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Das war das Problem Moment, wohl, ne? Ich setze das mal auf den Lift Mal probieren Geht das, geht das, geht das? Wenn ich das jetzt hier so habe Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Oh doch, das geht Man kann jetzt Bearing auf Bearing schweißen Das ging, glaube ich, vorher gar nicht Wenn mich jetzt nicht alles täuscht So, dann nehmen wir mal deinen Lift weg da, ne? Ja Also Es gibt noch einen FPS Einbruch Aber er kommt mir nicht mehr so krass vor Es ist schon Es hat schon was gebracht, auf jeden Fall Vielen Dank an euch da draußen Die ihr mir diese Tipps gegeben habt Die Namen sind mir jetzt gerade leider nicht parat Aber ihr wisst, wer ihr seid Ich habe euch auch schon geschrieben Dass ich eure Vorschläge umsetzen werde So Jetzt müssen wir hier noch ein paar kleine Modifikationen vornehmen Und zwar Ist es folgendermaßen Die Ausfahrbare Seite Befindet sich eigentlich beim RV Hier Neben dem Fahrersitz Das lässt sich allerdings sehr schwer realisieren Weil Hier ist eben, wie gesagt Der Fahrersitz Das heißt Das werde ich jetzt so nicht umsetzen Wie es im Original ist Weil hier einfach nicht genug Platz ist Mit dem Fahrersitz Und allem Weil hier soll ja noch das Ganze Hier soll ja noch ein richtiges Lenkrad Und so richtig hingebaut werden Und das Cockpit soll ausgestaltet werden Deswegen halte ich das für keine gute Idee Jetzt hier diese ausfahrbare Klappe umzuplatzieren Das ist schon gut, wie es hier ist Dass das hier hinten ist Und nicht da vorne Finde ich jetzt Also Hat mir ja jemand geschrieben Dass man das eigentlich hier vorne hin platzieren müsste Wenn es authentisch sein sollte Aber ja Das geht jetzt nicht Und hier die Seite muss ich dicht machen An der Stelle befindet sich tatsächlich nur ein Fenster Und keine Tür Das heißt Hier wird jetzt zugemacht So Jetzt kommen quasi so ein bisschen die Feinheiten Und dann kommt auch die Innenraumgestaltung Die dürfen wir ja auch nicht vergessen So Dann machen wir das mal hier zu Und wie gesagt Ich bin nasal Weil ich gerade aufgestanden bin Hehehe Muss ich nochmal erklären Weil ich klinge jetzt doch schon Ich höre es selber Wie ich nasal klinge Und man könnte fast annehmen Ich wäre krank oder so Aber mir geht es gut Ich bin nicht krank So Dann ziehen wir mal hier durch So Und genau Da haben wir das schon mal Da werde ich jetzt gleich noch das Fenster auffüllen So wie es hier ist Aber Moment mal Ich habe hier irgendwie zu viel Blöcke reingesetzt Kann das sein Gegenüber Ja hier wartet mal Die Reihe die muss weg Und die Reihe muss auch weg So Jetzt würde ich sagen Nehme ich mir mal die Fensterbauteile zur Hand Was ist das hier eigentlich Warehouse door Okay Auch interessant Ich muss auch eigentlich mal mehr mit den Mod Gebäudeteilen machen Leider sind die ja alle reingekommen Nachdem ich mit der Villa aufgehört habe So ziemlich Und jetzt Ja Mit der Villa werde ich vielleicht auch mal weitermachen Demnächst Mal gucken Viele Dinge in der Villa kann ich ja jetzt mit Beerings umsetzen Jetzt bin ich vorbeigescrollt Das war wieder so klar So Gib mir das Und gib mir das Und gib mir das Und jetzt machen wir das hier mal Ball Hm Ah hier muss man mal so ein bisschen gucken Wie sich diese blöden Eckteile eindrehen lassen Also wie gesagt Einige haben ja auch immer schon gefragt Wann geht es weiter mit der Villa Und wie gesagt Ich will mich da gar nicht so festlegen Wann es da weiter geht Ich will mich aber insofern festlegen Dass ich sage Da geht es vielleicht auch mal weiter Vielleicht ist auch geil Dass ich mich da festlege Auf einen vielleicht Denn jetzt stehen ja erstmal Die ganzen Jurassic Park Nachbauten an Die will ich jetzt erstmal durchziehen In einem Rutsch Danach Weiß ich noch nicht genau Da mach ich vielleicht nochmal Mit dem Zugprojekt weiter Vielleicht sind bis dahin Auch nochmal Performance Patches gekommen In Scrap Mechanic Das wird sich ja jetzt doch noch Ein paar Wochen hinziehen Bis ich hier weiterkomme Und danach Ja hoffe ich ja eigentlich Dass dann mal der Survival Modus Endlich mal kommt Das wäre ja mal Ein ziemlicher Burner Wenn der endlich mal rauskommen würde Wäre langsam mal an der Zeit Muss ich sagen Also ich würde das feiern Wenn der Survival Modus Noch dieses Jahr rauskommen würde Aber irgendwie habe ich da Immer noch meine Zweifel Mein Herz sagt Der Survival Modus kommt Mein Verstand sagt Das wird sich noch ewig hinziehen Eher kommt DayZ Aus der Early Access Phase raus Als dass dieser Survival Modus Für Scrap Mechanic kommt Glaube ich Aber ich habe ja schon Mich aufgeregt In der letzten Folge Ich will mich jetzt nicht schon wieder aufregen Ja Das muss nicht sein Da muss ich nicht ständig aufregen Ja Aber wie gesagt Da spekuliere ich eigentlich So ein bisschen drauf Dass ich dann jetzt auch irgendwann mal Mit dem Survival Modus Mal weitermachen kann Das wäre mal eigentlich ganz nice Weil dieses freie Bauen Schön das auch ist Aber so langsam Möchte ich halt auch mal Survivalen In Scrap Mechanic Ich weiß auch nicht Also Wird langsam mal Zeit Dass das auch mal geht Ja Weil ich glaube schon Dass der Survival Modus Denen die sich da ausdenken Dass der ziemlich cool wird Aber Ja Dauert halt einfach so lange Ne Aber wie gesagt Ich will nicht renten Oder so Das will ich nicht So komm schon Dreh dich ein So Ah nein So nicht Komm schon Komm schon Ja Genau so Blup Ne Moment Braucht er den Rahmen Hier unten Ne Falsches Teil Diese Fenster Diese Fensterkonstruktion Tja Details Bring halt auch Diese Sache mit sich Dass man Diese Teile Entsprechend dann auch Platzieren muss Ne Detailteile Gott Dieses Eindrehen Immer Dass es da keine Snap Funktion Gibt Dass das nicht einfach An dem oberen Rahmen Direkt ranznappt Das ist so Bei Arc Snap das ja alles Direkt aneinander Manchmal ist das auch Nicht so förderlich Beim Bauen Aber das System Wurde ja jetzt Mittlerweile schon Überarbeitet Sodass es besser Funktioniert Aber bei Script Mechanics Snap halt gar nichts Ne Das ist ein bisschen Bisschen schade Aber wie gesagt Ich will nicht schon Wieder meckern Ich will nicht schon Wieder meckern Meine Stimme Klingt so Ich weiß nicht Ich hätte wenigstens Was essen sollen Glaub ich Bevor ich aufnehme Das habe ich auch Nicht gemacht Alles wegen der Zeit Meine lieben Freunde Alles wegen der Zeit Zeit ist das Problem Komm schon Weil viele sagen ja dann auch immer Mach doch mal weiter Mit der Villa Mach doch mal weiter Mit dem und dem Projekt Mit dem Zug Hast du nicht gesehen Und wann kommt mal Ein Community Projekt Ah das sind alles Tolle Ideen Tolle Sachen Kann man auch alles Irgendwie mal machen Bloß man braucht Die Zeit dazu Das ist das Problem Das ist das einzigste Problem Das einzige Problem Zeit Wenn ich unendlich Viel Zeit hätte Dann könnte ich auch Alles gleichzeitig machen Oder wenn es zwei Von mir gäbe Könnte ich auch Mehrere Projekte Gleichzeitig umsetzen Aber so Geht das leider nicht So Halt Blup 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 Und Blup Ihr seht schon Ich mach jetzt wirklich Hier alles fertig Den Innenraum Und Die Fenster Und dann auch noch Die Verzierungen außen Weil da haben wir ja auch Noch einiges zu bauen Und wir werden auf jeden Fall In der Woche dann fertig sein Mit dem AVI Das ist jetzt so der Plan Dass wir diese Woche Fertig sind damit Und Nächste Woche Oder was heißt Dann danach Kann auch sein Dass nächste Woche Vielleicht auch noch eine Folge AVI kommt Will ich jetzt nicht ausschließen Je nachdem wie gut Das jetzt hier läuft Danach In der Kommenden Woche Oder etwas später noch Werden wir damit beginnen Den Humvee zu bauen Den Hammer Mit den Mit der Fangvorrichtung Mit dem Käfig hinten drauf Und der Hebevorrichtung Für Dinosaurier Von den Engine Hunters So das sieht doch schon mal gut aus Hier Finde ich Passt Wir haben die Fenster jetzt gebaut Wir haben Genau hier hinten Haben wir auch Fenster drin Sehr gut Funktioniert eigentlich die Tür Ne die funktioniert gar nicht Weil wir jetzt ja schon wieder Hier abgelöst haben Hier hatten wir die Tür ne Ne Moment Doch Ne Moment Hatten wir nicht Oder? Wieso geht eigentlich Ne doch 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 Das war schon richtig Ihr merkt doch schon Mein Kopf ist noch nicht so ganz Da Ja Da ist noch ein bisschen Der steckt noch ein bisschen In der Bettdecke fest So Ja das ist wieder typisch Ah ja okay Wir müssen in die Richtung Sehen Sehr gut So Jetzt kann man die Hintertür auch öffnen Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Ah ja hier müssen wir auch noch was einfärben Siehst du mal Siehst du mal Siehst du mal Die Röhrchen Die wollen noch eingefärbt werden Und oben drauf müssen wir auch noch diesen Ja diesen Aber habenden Balken noch draufsetzen Fällt mir noch auf Der auch fehlt noch So 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 Jetzt muss ich mal gucken Dass ich da irgendwie hochkomme Dann können wir nämlich hier Den Teil auch noch mal ein bisschen weiterziehen Kam ich mal hoch mit dem Left Mit dem Left Fahr ich mich hauch Ja, das war so klar. Das war so klar, dass das nicht funktioniert, wie ich mich da hochfahre. So. Okay. Also, ich ziehe das jetzt hier einfach mal so und so nach vorne. Jetzt bin ich mir... Ich habe gerade meine Referenz nicht offen, weil das alles so schnell gehen musste hier mit der Aufnahme, dass ich die gerade nicht aufhabe. Deswegen ziehe ich das jetzt hier einfach mal so, wie es hier jetzt ist, nach hinten durch. Einfach nur. Ohne Rücksicht auf Verluste. Eventuelle Korrekturen mache ich dann einfach in der nächsten Folge. Ich werde zwischen dieser Folge und der nächsten eine kleine Aufnahmepause machen. Ich werde mich einfach mal ein bisschen frisch machen, zum Beispiel auch. Das wäre auch mal eine gute Idee. Und dann, äh, ja, da müsste das alles passen. Aber jetzt ziehe ich das erstmal so durch hier. Genau. Es gab ja auch noch hier vorne Röhrchen. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie war das eigentlich genau? Ah, nein! Ähm. Das war auf jeden Fall... Moment. Die fingen irgendwie hinten an. Ich muss mir jetzt mal meine ganzen Röhrchen, die ich hier habe, die muss ich mir jetzt alle mal ins Inventar ziehen. Und mit denen will ich dann... Ah, guck mal. Das gibt es auch. Es gibt so diese Doppelröhrchen. Das ist sogar genau so, wie es im Film ist. Da sind nämlich zwei Röhrchen übereinander. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal so. Mit den zwei Röhrchen. Und da musste ich aufstoßen. Das ist schon so eine Sache, wenn man das alles so macht. Wenn man noch nicht wach ist, so richtig. Ich stelle mich mal hier drauf. So, fahre mich mal hoch. Und dann bringen wir mal hier genau diese Röhrchen an. Das ist im Film genau so. Kann ich eigentlich auch von vorne weitermachen. Da gibt es so eine Röhrenreihe. Der Trick ist jetzt aber, der verläuft eigentlich, also im Film, in der Filmversion, so ein bisschen jetzt hier oben drüber. Und das geht jetzt hier nicht. Das kann man hier nicht machen. Weil, ja, ihr seht ja, bei den Zweierrohren gibt es jetzt keine Variante, die einfach nur nach oben weg geht. Oder so schräg nach oben weg geht, dass die Röhre, dass die Röhre weitergefahren werden können. Hier so schräg rüber. Das geht nur mit der Einzelvariante. Deswegen mache ich hier jetzt mal einen kleinen Trick. Kann man das nicht andersrum snappen? Oh Mann, wieso geht das denn jetzt wieder nicht hier? Das ist auch wieder so dumm. Warum kann ich denn jetzt nicht die Zweierseite an die Zweierseite ran snappen? Ah, Mann. Es ist so nervig manchmal. Es ist einfach nur so nervig. Okay, Moment. Wie machen wir das jetzt? Was ist das eigentlich? Large Pipe Tip? Hm. Weil ich möchte jetzt eigentlich gerne die normalen Pipes nehmen. Die hier. Ah, das sind ja schon die normalen. Und dann möchte ich diese Kurve hier nehmen. Und möchte damit eigentlich so jetzt dann nach oben gehen. Und dann einfach so hier rüber. Okay, so geht das schon mal nicht, weil es muss weiter nach vorne. Würde es ja aber, wenn hier halt dieses Teil noch dazwischen gehen würde. Warum kann man das denn nicht? Warte mal. Ich weiß schon, wie ich das mache. Ich brauche nochmal normale Blöcke jetzt. Ähm, wo sind sie? Wo bin ich jetzt? Nehmen wir mal den Licht weg. So, dann. Genau so machen wir das jetzt. Und wenn ich das jetzt weglösche, müsste es trotzdem... Genau. Trick 17 hier. So. So, und jetzt kann ich da jetzt rüber gehen. Ne, geht nicht, weil jetzt hier natürlich blockiert ist. Aber wir können so ein Ding noch setzen. Ah, das setzt zu hoch. Wartet mal. Machen wir es doch etwas weiter noch nach hinten. Mit dieser Vorrichtung gehen wir jetzt einfach so. Und dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Eins nach oben. Seite. Genau, und dann können wir es nämlich wieder so spreizen. Und einfach nach drüben ziehen. Wunderschön. Hier müssen wir wieder die Zusammenführung bauen. Aber das geht wieder nicht. Okay, da muss ich dann von hinten einfach weiter wieder nach vorne ziehen, die Rohre. Okay. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt erstmal... Oh, das sieht irgendwie doof aus. Ich glaube, das lasse ich lieber weg. Ich glaube, ich gehe da lieber vorne dann mit so einem... mit so einer Biegung hier einfach vorne rein. Ich glaube, das passt besser. An der Stelle ist auf jeden Fall wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Squirt Mechanic mit dem Fleetwood RV aus der Lost World Jurassic Park. Bis dann. Ciao, ciao.